Es ist hier noch mehr von dem Zeug. Hier liegt der übrige Zock. Der Inventar ist schon wieder voll. Eigentlich hat man hier Siedlein sammeln, als das hier kam. Das ist doch auch noch hier was anderes. Das ist doch... Alter. Nein, das ist Stein. Das ist normaler Stein. Dem knödel ich mir jetzt nicht mein Inventar zu. So, Spitzhacke kaputt. Das ist ganz gut. Es gibt wieder einen Inventarplatz. Wie ihr seht, das erkennt man ja noch ganz gut. Das ist recht dunkel, aber das Deorit, das Granit, das ist alles. Wie sie fies. Alter. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss das hier nochmal sein lassen und nochmal wiederkommen. Das hört ja nicht auf. Vielleicht merke ich mir auch diesen Ort einfach jetzt mal. Lass ihn mal gut sein. Lass ihn mal gut sein. Dieser Berg ist voll mit verschiedenen Gesteinsformen. Da... Alter. Da könnte ich jetzt ewig abbauen. Da hinten steckt auch überall was anderes drin. Ich wollte mir dieses Ding da hinten nochmal ansehen. Das sieht mir etwas strange aus. Jetzt ein paar Kühe. Das ist einfach nur so ein komisches Ding. Ansonsten kommt hier ziemlich weites Gelände mit Nischt. Das war die Kühe. Okay. Die Kies hat hier noch ein bisschen... Ich werde jetzt gerade mal keine Kühe schlachten. Boah, aber jetzt schwert es doch bald durch. Ein schönes Rückschussschwert. Die Sonne geht unter. Und ich werde mich jetzt langsam mal zurückbegeben. Dieses Gebiet hier können wir uns möglicherweise mal merken. Wir haben hier... Das ist hier ein angenehmes Küstengebiet. Okay. Die Frage ist, wie merke ich mir das? Weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, wie ich hier hingekommen bin. Ich kann mir das Ganze hier drüben auch nochmal ansehen. Jetzt gehen wir auch ein bisschen mehr so hier rüber. Ah, nichts passiert. Okay, jetzt... Soll ich nur außen an der Küste lang und dann kann da eigentlich nichts passieren. Und das Gebiet erkennen wir ja durchaus wieder. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir heimkommen hier. Auf einigermaßen schnellen Weg. Hallo, Hühnchen. Ja, Hühnchen. Ich gehe so ein bisschen querfeldein. Das hat Gründe. Vielleicht kann sich's der ein oder andere denken. Da ist ein Schnauze. So, ich bin ja immer noch auf der Suche nach etwas. Was beim letzten Mal Hoppala ja nicht funktioniert hat, nämlich Hundis, die es hier eigentlich irgendwo mal gab. Ich glaube ja nicht dran. Reicht nicht. Aua. So, im Wasser sind wir schneller als die Monster. Das nutzen wir jetzt mal aus. Jum. Jo, jetzt Kaninchen. Kaninchen sind jetzt nicht ganz so falsch. Ist aber gerade nicht meine Intention. Schon gar nicht nachts. Aber sieh mal an, was wir hier haben. An dem blöden Dorfbewohner, der im Boden steckt. Geh weg. Ist noch so ein Kollege. Wer glaubt, da könnten wir was. Ach, komm. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, zu weit gesprungen. So. Ah, da. Abgelehnt. Hier wird nichts gesprengt. Diese Sprengung ist nicht autorisiert worden. Diese Sprengung wurde wohl autorisiert. Aber nicht mit meiner Genehmigung. Darf ich jetzt vielleicht mal... Hallo? Darf ich? Also. Einmal. Nein, dies ist keine autorisierte Sprengung. So. Irgendwas, was ich mal wegschmeißen kann, kurz. Krieg mal eben meinen Wassereimer beiseite. Sieht nämlich doof aus, fliegende Bäume. Nein. Sag mal, du warst doch nicht der Einzige hier, oder? Sieht mir nicht erzählen, dass wir keine... Was sagen. Nein. Nein, habe ich gesagt. Und es bleibt bei Nein. 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 Dann habe ich doch endlich mal meine Hunde-Armee. Sehr gut. Ihr seid gute Hundis. So. Dann geht es jetzt mal ab nach Hause. Mit... Mit... ...drei leckeren Hundis im Schlepptau. Nein. Unautorisierte Sprengung. Zack. Gekündigt. Ja. Die Hundis, wenn schon wissen, was sie machen. Boah, 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 boah. Tata, tata, tata. Was sie machen? Boah, was sie laube Hund. Oh, die zweite in der Hunde. Oh, die zweite in da unten. akhun. das wasser laufen jetzt fertig das macht wo sind denn meine verteidigungs und dies ist denn hier los ist ja schlimm so seid ihr noch alle da jawohl mitkommen was hast du denn für ein problem was du legst dich nieder so und dies hier hat man ja aber echt keine Ruhe liebe Hundefreunde wir gehen außen rum Papi hat beschlossen wir gehen außen rum 1,2,3 mal Hundi hebe das schwänzchen und ab marsch so bitte nicht reinfallen wenn es geht ich wäre euch sehr dankbar zu lustiger Fanfare Achtung von hinten Spinne sogar der Mini-Hund greift ein ist das süß da hinten wird es heller da kommen die Hundis jetzt so schnell nicht hinterher das ist mir klar vorbeigeschossen so ihr braven Hundis ab nach Hause nun was wie wo ach da drüben ja ja guck dir diese Hühner an wie sie den Zombie aufhalten mein letzter Hund lässt sich noch ein bisschen bitten komm ist gut wir sind jetzt los mit dir Hundi ab an Land jetzt zackig haben wir mal weiter gehen können 1,2,3 wo ist Nummer 4 da ist Babyhund ok so wo geht es denn jetzt hier nach Hause sag mal ach ja ich bin gerade ein bisschen wortkarg entschuldigung ich genieße einfach irgendwie gerade so ein bisschen das Laufen durch die Natur die Sonne ist gerade aufgegangen ich habe Hundis ich bin gerade so tiefenentspannt und zufrieden eigentlich dass ich gar nicht weiß was ich sagen soll dazu dann einfach noch diese bling bling Musik diese entspannende da kommt raus wo ist denn jetzt meine Heimat sage sie mal Heimat sagt der Käpt'n Heimat sagte Mart Hi Käpt'n Heppe Flatsch bin ich hier nicht mal vorbeikommen ne hier war ich nicht vorbeigekommen oder so sind denn noch alle Hundis da bitte einmal durchzählen 1,2,3 Mini-Hundi wo ist wo ist Mini-Hundi hier wo hat ihr müsst doch auf euren kleinen aufpassen Mensch Mini-Hundi da hat es irgendwo Woff gemacht 1,2 da ist Mini-Hundi alle Mann antreten 1,2 und 3 und jetzt mit Mini-Hundi will ich Mini-Hundi irgendwie ein bisschen vor Scheißern da 1,2,3,4 alle da also dann ist ja gut können wir ja weiter gehen Mini-Hundi die machen seltsame Sachen so 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 da dumm da dumm da dam 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 bam 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 kommen sie mal mit hier durchzählen 1,2,3,4 alle da jawoll und hinten wieder runter aber nicht Aua machen ja nicht Aua machen das ist was für Hühnchen die dürfen Aua machen die nennt man dann Aua-Hahn äh ok weiter bim bim dü-dü-dü-dü hee hee ja wer bist denn du ja wer bist denn du ja ich hab keine Karotten dabei ich will weiter mir egal ist mir so egal ich glaub ich muss mal ein bisschen weiter hier wieder Richtung Küste wird das nichts 1,2,3 wo ist Nummer 4 Nummer 4 das ist aber echt mit diesem Flohzirkus das ist echt so ein Problem 1,2 und ein kleiner zweieinhalb ich hab gern dreieinhalb da alle zusammen ok Garninchen 1,2,3,4 oh ich brauchte mal was zu essen da guckt der neidisch wa da guckt der neidisch ich hab eben schon Futter gekriegt ja genau ihr kommt jetzt mal mit damit ich es vielleicht innerhalb dieser Folge auch nochmal nach Hause schaffe 1,2,3,4 alle da gut weiter geht's 1,2,3,3,4 das ist ziemlich männlich auch unter 1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3 wo ist raus da so bis die Hundis sich hier durchgeplanscht haben dauert jetzt wieder eine Weile vor allem wenn sie hier im Strudel hängen bleiben dann gehen sie auch einfach alle unter jetzt ist es zu spät ich hätte euch ja gerne geholfen aber ihr wart ja blöd desto trotz mach ich quatsch denn da ziehe diese Stromschnelle mal weg so weit ich es hinkriege so haben wir hier noch irgendwo komm hier zack 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 1,2,3 so komm jetzt sind wir wenigstens noch zu zweit jetzt dauert es nicht mehr so lange auf die Hundis zu warten nachdem sie sich jetzt mal umgebracht haben blöde Viecher hier jetzt haben wir Kollege raus jetzt hier genug gespielt mitkommen liebhaben mitkommen ich fände sie hoch für Mini-Hund und los geht's jetzt wird mal nicht so rumgetrödelt hier natürlich drödeln sie wieder um dieser Trödelhunde die machen mich wahnsinnig es ist noch weit bis nach Hause müssen noch ein bisschen Mini-Hund da Großhund da Großhund da weiter geht's Vorsicht beim hier runterlaufen kann man sich wehtun Mann 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 da ist ein Loch im Boden so dann gehe ich euch zuliebe einfach mal um den See drumrum ins Recht ist jetzt seid ihr dann ein bisschen schneller am Stüssel Hundissel 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 mein Pferdchen ist immer noch in seinem Zäunchen das ist aber nett falls ich eines Tages mal einen Sattel finden sollte damit ich es nach Hause reiten kann sooo da vorne ist die Heimat da geradeaus geht's nach Haus bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal